Hallo! Das hier ist Prings. Prings ist ein YouTuber und macht Let's Play Videos. Warum Prings das tut? Na, weil ihm das echt viel Spaß macht. Doch Prings macht das nicht nur für sich alleine. Nein, er tut es für dich. Ja, genau! Für dich! Seinem Zuschauer. Und das Coole? Wenn du jetzt auf Prings draufklickst, kannst du seinen Kanal abonnieren und bist immer aktuell, wenn er ein neues Video hochlädt. Cool, oder? Klicke auf Prings und abonniere ihn jetzt!